Colun Square. Finden Sie den goldenen Hasen. Ein Mann, eine Stunde. Ein Mann? Das ist eine tolle, Captain. Wenn ich gehe, fliegt meine Tarnung auf. Und dann fehlen uns zwei Cops. Beruhigt euch. Der gibt uns keine Befehle. Ich schicke keinen Mann. Ich schicke ein ganzes SWAT-Team. Das werden Sie nicht. Sie geben auch keine Befehle, Tequila. Ein Cops ist verschwunden. Es gibt nur eine Stur. Schicken Sie SWAT. Und die Spur ist weg oder tot. Es wäre verrückt, allein zu gehen. Du warst immer der verrückte Jerry. Was ist passiert? Wäre ich verschwunden, würde ich hoffen, dass einer von uns geht. Schicken Sie niemanden, Captain. Sie wählen mir nur im Weg. Nicht, Tequila. Das ist eine Falle. Das hoffe ich. Die soll ja nicht unsere Zeit verschwenden. Kommen Sie zurück, Tequila. So, Ladies and Gentlemen. Ich habe extra nichts gesagt. Ich wollte euch überraschen. LOL. Das werde ich mal richtig durchzocken hier. Ihr kennt den Schauspieler, wie er heißt. Ähm, das sage ich nicht. Ähm, Tequila nenne ich immer. LOL. Äh, das vergleichen wir mit Jackie Chan. Also, der Schauspieler. So, ähm, erst mal wie immer. Anfangs vom Spielen Tutorials. Ziele, LT. Okay, ich muss mich selber noch leicht dran gewinnen. Aber dieses Rumspringen hierher und hu. Ähm, genial. So. Aha, okay. So. Mal erst mal, ähm, ich muss selber erst mal hier die Lage checken. Aber wie man sieht, kann man hier so einiges zerstören. Man, die Spielgrafik ist sensationell geil. Ich finde es richtig geil. Vor allem hier, ui, wie der rüberspringt. Einfach schön gemacht. So, das Spiel ist auch ein Klassiker. Ähm. Oh, schön in der Zeitlupe. Ich finde es aber... ...richtig schnucklig. Das Game. Ich habe etwas nicht noch hier üben. Oh, zack, zack. Und in die... Oh, hat's wehgetan? War extra. Lol. So, und später im Laufe des Spiels bekommen wir auch mehr was zu sehen. Wird auf jeden Fall viel interessanter. So, wohin des Weges erst mal. Oh. Der hat ja so ein Handy. Ähm. Okay. Huh. Ja, ja, ja. An und anfangs viel lesen. Lesen und lesen. Oh, ist das nicht hellig. Ah, der Schauspieler, der kann alles. Übrigens, wie heißt der eigentlich? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß zwar, wie der heißt. Ich sag's aber extra nicht. Mal sehen, ob ihr ihn kennt. Na, erkennt ihr ihn wieder? So, die Waffen nimmt er eigentlich automatisch aus. Okay. So. Boah, das wird wehtun. Autsch. Oh, Gas. Boom. Immer vorwärts. Wird auch ganz schnell, ähm, automatisch gespeichert. Finde ich super, duper, mega geil. So, mal sehen. Jetzt ist mal hier rein. Aha. Okay. Ja, kleine Auffrischung bekommen. Dann wollen wir mal... Oh, Schweinchen. Babe. Oh, was ist das? Bomben, wenn sie dazu füllen. Alles klar. Weiter geht's. Ja, auf jeden Fall ist das Spiel schon ein Klassiker. Gefällt mir aber sehr, so dass ich euch das mal zeigen musste. Oh, ist mal eine Kippe an. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Ach, der hat's doch auf mich gehört. Wir sind auf dem Markt. Im China. Salam. Hallöchen. Hoi, 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 hoi. Wird's ein Leppich kaufen? Oh. Christian. Oh, da muss er bestimmt hin. Ach, wieder einer am Rauchen. Er hat immer Feuer. Aha, ich ahne es schon. Cooles Bild. Ja, wie wir sehen... Ähm... Oh, Schindy schrotft hinter die ganzen Zielisten. Ach, die Zeitgruppe... ...die ist mal richtig schnucklig. Oh, in die Eier. Oh, das tut weh. Oh, ne, das muss ich mir jetzt reinziehen. Ach, was wird's tun? Da fällt er auf ihn drauf. Cool, cool, cool. Äh, was wird's tun? Na. Oh. Oh, hier sind so viele Gegenstände. Oh, hab ich... Oh, du bist taub. So, mal Energie ein bisschen aufgefrischt. Ach, da sind welche. Okay, schön durch die Tür geplästert. Na, wer ballert da denn so? What's your name? Da kommen aber auch viele. Ich geh mal ein bisschen in Deckung, wenn ich das schaffe. So, will jemand ein Schwein kaufen, du? Die Wassermelone geplatzt. Ich dachte schon, wer will sein Kopf. Boah, hier sind aber auch viele Gegner. Ah, mal gezielte Schüsse gegeben, Mann. Ist auch gut. Boah, endlich mal. Eine bessere Wumme hier. Ach, hier kann ich wechseln. Okay. Boah, das Schwein. Boah, da sieht ja knufflig aus. Boah, durchlöschert. Sehr schön. So. Aha, okay. Ähm. Da lebt ja noch jemand. Oh, ich hab gar nicht richtig gezielt, aber getroffen. Na, gute Nacht. So, wohin muss ich jetzt hier? Hm. Mal schauen, mal schauen. La, la, la. Ich geh mit meiner Laterne. Wie sieht man, kann spielen ziemlich viel. Ah, ich bin sogar richtig gegangen. Oh, die Wumme, die hat's drauf. Gute Nacht, Jungs. Oh, nicht getroffen. Schade. Noch jemand ohne Fahrschein? Du? Ja, komm. Zack. Oh, die kommen aber auch von allen Seiten. Nass von, die platt gemacht. Wie gesehen hat, wieder sehr schnell gespeichert. Freut mich zutiefst. Ohne Wartezeit. Prima. Hm. Okay. Oh, die Türen sind doch immer auf. Sehr schön. So, jetzt bestimmt hier hoch. Und bestimmt. Aha. Oh, das wird jetzt. Das muss ich jetzt schaffen. Das ist Knaller im Spiel. Und das wird mehrmals kommen. In diesem Modus. Alles klar. Wo ist der andere? Da. Und weg. Noch einer. Oh, da oben. Oh. Ach. Alles klar. Ich kann ja sogar noch ausweichen. Guck mal her. Beine weg. Na, Apfelverkäufer. Die sind aber auch überall. Was ist denn hier los? Boah, wie viel. Boah. Boah, die Mauer, die geht auch hinüber. So, noch jemand. Ach, da kommt schon wieder welche. Boah, der hat eine Kugel im Hals bekommen. Boah. Boah. Ach, der mit Schraubflink. Boah. Du Auno. Komm her. So. Ist gar nicht mal so schlecht. Also, das Spiel gefällt mir auf jeden Fall. Oh, da versteckt sich jemand. Ach so. Yeah. Uh. Boah. Direkt mal einfach mal so beckert ist. Uhu. Und uhu. Und uhu. Oh. Wie eine Dame in Puppe. Wie eine Dame in Puppe. So. Oh, ich hab Hunger. Ich glaub, ich koch mir. Ne. Nicht in der Küche. Da bekommt mich kein Gulasch hin. Und spring. Yeah. Was Neues freigeschaltet. Oh, aber das ist auch ziemlich geil. Boah. Uhu. Darauf freu ich mich auf jeden Fall. Schaut mal her. Und zack. Und Köppchen weg. Wahnsinnsgeil, oder?